Dieser Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Drei Personen haben in diesem großen weißen dreithürigen Transporter Platz. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Partikelfilter, Bluetooth, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, ABS, und vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 155 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 30.869 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Köbler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Besterhadow Zspann Zusann